Bleed, ihr Narren! Kommst du? Ja, wo bist du, Alter? Da, komm. Wo lang? Na, hier. Okay. Wollt er dich gerade angreifen? Vielleicht wollte er mich auch lieb haben. Aha. Schafe tun dann ja eigentlich tun ein Schafe nix. Nö. Und wir hacken sie weg. Nö. Warte, ich muss mich mal eben vollfressen, damit ich schneller laufen kann. Okay, ich würde sagen, wir versuchen mal in unsere Hauptbase zu kommen. Da können wir noch mal ein bisschen ein paar Sachen ablegen. Auf dem Weg dahin schnappen wir uns aus unseren ganzen kleinen Häusern die ganzen Rohstoffe, die wichtigen. Gold und was wir da aufgesammelt haben. Und schmeißen das in unsere Schatztruhe da rein, weißt du? In die neue Schatzkammer, die ich gebaut habe. Okay. Dann haben wir das mal alles an einem Platz. Gehen wir richtig? Keine Ahnung. Es wäre einfacher im Dunkeln irgendwie jetzt zu sehen, wo die Fackeln sind. Ja, ja, doch. Den Berg da oben. Da kommt das Megaloch. Oh. Das hört sich gut an. Ja, da müssen wir glaube ich ungefähr in die Richtung. Enemy. Für den habe ich heute keine Zeit. Das sieht nach Loch aus hier. Nach Schlitz. Guck mal, hier ist eine Fackel. Da ist noch eine. Wir haben sie right way. Ja, nice. Hat Gretel wieder gut ausgelegt. Das stört mich. Ja, genau. Irgendwie sind wir irgendwo rübergegangen. Ich ziehe mich hier so. Kürzesten Weg nehme ich jetzt. Mhm. 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 Das ist doch ätzend hier Oh, hier ist ein Typ mit Lamas Oh, da Was will er? Bei dem kriegen wir Wurzelerde Tropenfischeimer Violetter Farbstoff, Kürbis oder brauner Pilz Alles fürs Marad Pilze Evil Smaragdverein pilzt Was ist andersrum, wenn ich einen Pilz gebe, kriegt der Smaragd? Du Schwanz, Alter Los, komm Wir haben noch einen weiten Weg für uns Eigentlich ist meine Folge auch schon zu Ende Deine noch nicht Nee, aber Vielleicht laufen wir trotzdem nach Hause Ich überziehe meine Folge Sehr groß Ich kann den Weg nach Hause hier Zeitraffer machen Ja Oh, Achtung Schnell, acht Stunden Vorspulen Oh, Gott Wieso Achtung, was ist denn da? Das ist eine kleine Erhöhung Äh, äh, Vertiefung war da Guck mal, da ist doch schon mal die andere Base Ich finde so neue Base eigentlich auch ganz cool da Mit dem Wasser drinnen und so Ja Der Standort ist glaube ich nicht so günstig Wieso? Ja, weiß ich nicht Entweder müssen wir noch eine geile Höhle finden unten Oder oberhalb nochmal genau abchecken Auf dem Berg da So, jetzt wird's wild, ne? Jetzt müssen wir geradeaus irgendwie Und durchs Gebirge wieder durch Oh, das wird wild, ja Das Gebirge Hallobinchen Ein Abelessen Abelkorn Oh ja, bevor wir gleich übers Gebirge gehen Muss ich auch nochmal einen Apfel essen Oder hier mein Hühnchenfleisch Ist das ja eher, ne? Scheiß Hommel hier Wespe, warum haben wir das jetzt? Shit Bini Und diese Biene, die ich meine Wichtig Maja Hast du jetzt weggetreten? Dich In deinen fetten Arsch Hab ich gerade gemerkt Weil der Arsch so fett ist Das kommt erst noch ein paar Sekunden an Wie der Donner Weil so Blitz und Donner Achso Du bist so fett, dass dauert eine Weile Bis es ankommt Donner blitzen Donner blitzen, Donner blitzen Oh, das ist so herrlich blöd, ey So blöd, dass es schon wieder gut ist Ja, nach müde kommt doof Ist ja halt so Traurig ist, dass wir wach sind So Ich weiß nicht, wo du bist Du bist hinter mir, okay Ja Hier ist mein Road to Winter Ich bin Zeit, die ganze hinter dir Geh, warte Geh, warte Geh, warte Geh, warte Weiß halt nicht Boah, ich geh jetzt einfach mal Scheiße, haben wir hier noch Wir müssen über den Berg rüber, glaube ich So war das, ne? Ich hab nichts, um mich jetzt groß Irgendwie noch hier wegzubauen Wenn was passiert Hier passiert jetzt nichts mehr Hier sind wir safe Naja, ich mein, falls wir einsinken oder so Ja, das mein ich ja Hier passiert nichts mehr Der tiefe Schnee war nur da Sprach er und versank im Schnee Ich hab grad an deinen Ah, doch Da hinten Da lang Bist du? Ich hab grad an den Gezweifelt an den Aussagen des Masterminds Glaubst du? Siehst du von hinten das Portal? Von da aus Denke ich Den Weg zurückzufinden Knack, knack Urknack, knack Ballast abwerfen Shit, ich bin in Richtung Loch gefallen Oh ja, ich seh's Ich geh mal drumrum Links oder rechts? Rechts Ich geh links Wir treffen uns auf der anderen Seite Da 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 There is a portal Völlig portal Moin Moinsen So, portal Die Richtung erstmal Okay Darüber Sieh mit den Wölfen Sieh mit dem Weiß ich gar nicht Ich finde Da wäre Sing meine Lieder Alter Ach du bist da Ich kann schon wieder nicht so schnell Warte mal Ich muss mal essen Okay Hier brennt's Warst du das Oder ist das noch von mir War ich Achso Boah alter Boah alter ich lauf da mal fast rein Aber auch weil es anzuzünden Sieh ich dir eine Shelly Mignon Ein Shelly Mignon Shelly Mignon Oh da vorne Leuchtet irgendwas Da sind Pfeile Das sieht doch schon mal nicht verkehrt aus Kann mich so nicht erinnern Dass ich Pfeile gemacht habe Singen Hä Oh die Pfeile hab ich doch nicht jetzt gemacht Ach nein Ich wollte eine Falte legen Okay der Pfeile zeigt in diese Richtung Hier sind Pfeile im Bogen Da kommen wir schon zu unserer anderen Base oder Wir müssen ein Boot craften schnell Hast du noch ein Dings dabei Warte 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 ich mach ne Tour Warte Zack Hast du noch genug Holz Ich nicht Ich mach Boot Give me a boat Jo geht los Und ciao ihr Penner Okay wir nehmen aus den Touren Aus unserer Hier links rum müssen wir Da ist die neue Base Und da sammeln wir einmal alles an Rohstoffen Was wir dann noch irgendwie Gutes haben Ja Ja okay Dann wusste ich aber wirklich wo ich bin Ich hab mir eben gedacht Ja unsere Base müsste weiter links sein Müsste ich auch Nice Boah du hast ein Niederziegelblock hier vorne vergessen ne Geht gar nicht Muss ich dir erstmal so sagen Ja ich hatte keine mehr Ich hatte keine mehr Und ich wollte jetzt nicht wegen einem Neu machen Aber das ist dein Ernst dass du hier Stein machst Aus Bruchstein machst du Steine Ja Hatt ich Bock Bist du irgendwie behindert oder so Hast du ein Problem damit Oder Ja Ich wollte Dass das schöner aussieht Rohkupfer Weizen Pisse kann da hin Reppen braucht kein Mensch Wolle Ich dropp mal die Wolle hier rein Deine Ziele sind da Viel ist ja hier gar nicht So viel ist ja hier gar nicht Hier ist eine Feuerkugel noch drin Ich hab ich gerade reingedrückt Der Kompass Den nehm ich jetzt mal mit ey Neue Rezepte verfügbar Schau in dein Rezeptbuch Irgendwas mit einer Karte Oh Gott Goldblock So wir wollten ja den geilen Kram Wollten wir mitnehmen Hast du gesagt ne Ja Ich war doch schon Auf dich Ja fahr schon mal vor Wenn du das sagst War ja nur geradeaus glaube ich ne Ja Das war ja nur noch ein Kompass ist aber Ich war ja nur noch ein Karte Ja 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 was ist hier noch in der truhr nichts was du bist ein arsch ich weiß nicht was du meinst ich kann das feuer nicht ausklappen brauchst du auch nicht roheisen wir haben echt viel von den kopfprogramm wir haben nur eine so eine ender perle wochen ich glaube zwölf oder feuerstein ja okay das war's mir habe ich eine kartoffel hier haben wir noch eine ender perle und so die habe ich da jetzt reingelegt ich bin gerade in der falschen kiste hier muss ich hin wieso aber ich verstehe nicht von wann kriegen wir ender perlen wenn wir ihn wegklatschen irgendwie droppt da nicht jedes mal eine nicht jedes mal das ist ja genauso wie bei schafen nicht jedes mal so wolle natürlich zum ersten mal beschaffen ja ich kenne den so so ich eine leere karte alter ich weiß immer noch nicht ich würde uns so gerne karte machen und habe es immer noch nicht geschnallt wie das funktioniert glück bist du auch nicht einzig wie viele ender augen wolltest du haben ich glaube wochen zwölf oder neun hat wenn ich drüben schon welche in der kleinen haben wir zwei und eins haben wir mal verwendet das ist ja noch nicht viel nö also finish oder was finito ne glaube ich schneide aus den sachen jetzt einfach zwei folgen mit kaktus im hintergrund hier liebe lüt wir hoffen es hat euch gefallen wenn ja daumen nach oben wenn ihr neu seid abo und dann sehen wir uns in der nächsten folge minecraft bis denne hau rein aber Untertitelung des ZDF, 2020